Alles ist startklar für Preis des Medienhauses Dumont. Rheinland, Boxentüren auf an der 2200 Meter Marke. Das kleine Feld ist zunächst einmal auf der Reise, kommt hier an den Tribünen an Ihnen vorbei. Kein Tempo im Feld, All4Arthur ist vorne vor EnjoyVJ. Dann Estifeni an der Außenseite, innen ist es Colomano der Favorit. Dann sehen wir Brisanto und am Ende des Feldes da galoppiert zunächst einmal Matchwinner. So geht es in den Scheibenstraßenbogen mittlerweile hinein. Dort zeigt All4Arthur den Weg, führt mit anderthalb Längen Vorteil vor EnjoyVJ. Dann ist es Colomano an der Innenseite, außen begleitet von Estifeni. Dahinter ist es Brisanto und letztes Pferd zunächst einmal Matchwinner. So geht es in die Gegenseite mittlerweile hinein, gute 1500 Meter noch zu absolvieren. All4Arthur führt mit Philipp Minarik, dem viermaligen deutschen Meister. Dahinter ist es dann anderer Starke im Sattel von EnjoyVJ. An der Innenseite Colomano, Adrie de Vries. Außen davon Estifeni, Tamas Nagy. Dann ist es innen Brisanto, Maxim Pecheur und André Best lauert auf seine Chance mit Matchwinner am Ende des Feldes. So geht es die Gegenseite hinunter. Vorne zeigt nach wie vor All4Arthur den Weg. Es gab überhaupt keine Positionsveränderungen hier seit dem Start. All4Arthur führt vor Außen EnjoyVJ Colomano mit einem Traumrennen an der Innenseite. Vor Estifeni, vor Brisanto und vor Matchwinner. So geht es in den Schlussbogen mittlerweile hinein. Gute 800 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch. Das wird natürlich dann gleich einen Sprint geben im Einlauf. All4Arthur führt vor Außen EnjoyVJ Colomano. Dann Estifeni, Brisanto und Matchwinner nach wie vor am Ende des Feldes. 600 Meter noch im Preis des Medienhauses Dumont Rheinland. All4Arthur ist vorne vor EnjoyVJ. An der Außenseite Estifeni macht jetzt hier spürbar Boden gut. Colomano aktuell sucht noch seine Lücke. Hat sie jetzt gefunden. Dann Matchwinner und dann Brisanto. Estifeni ist vorne All4Arthur. An der Innenseite kommt aber wieder All4Arthur Estifeni. An der Außenseite Colomano. Wer ist hier vorne? Tolles Finale. Estifeni mit Colomano an der Außenseite. Innen All4Arthur Colomano, Estifeni, Colomano, Adri de Vries für Markus Klug. Es ist zwar eng, aber es ist sicher, Colomano gewinnt gegen Estifeni. All4Arthur, EnjoyVJ, Matchwinner und Brisanto. All4Arthur, EnjoyVJ, Matchwinner,